Hey Leute, heute freue ich mich irgendwie ganz besonders. Heute ist ein besonderer Tag. Ungefähr vor zweieinhalb Jahren stand ich in Brisbane, in Australien, irgendwo am Fluss auf so einer Brücke und habe mich für 500 Abonnenten auf YouTube bedankt. Und heute Nacht sind es ganze 50.000 geworden, die uns regelmäßig verfolgen, unsere Flight Reports, unsere Vlogs. Wir sind nämlich gerade hier in Hongkong, laufen über die Tampa Street, das ist so ein Nightmarkt. Ganz besonderer Moment heute für uns, für mich. Ich sage vielen Dank für die vielen, vielen Follower, dass ihr immer dabei seid und uns unterstützt. Kommentare schreibt, das finde ich richtig toll. Ja und es ist noch mehr eigentlich. Ja, es sind nämlich auch fast 10 Millionen Video Views hier auf YouTube. Vielen Dank für die 10 Millionen Views, die ihr Stefan und mir hier beschert habt. Ja und habt ihr auch schon die schönen Drohnenaufnahmen gesehen? Das war heute auf unserem Hotel hier in Hongkong. Ich hoffe es hat euch gefallen. Das kleine Video hier. Wir werden noch ein bisschen den Abend hier ausklingen. Den Nachtmarkt genießen, Hongkong morgen ganz ausgiebig erkunden. Den Vlog werdet ihr definitiv demnächst auf unserem Kanal sehen. Ja und bis zum nächsten Höhepunkt, vielleicht die 100.000. Genau, bis dahin. Ciao. 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 Ciao.